Ich begrüße euch herzlich zu Ortlos. Ja, letzte Folge abrupt geendet nach der Zwischensequenz. Tut mir ein bisschen loid, aber wir sind jetzt hier bei der Sägemühle. Und gucken uns natürlich auch gleich mal hier hoch. Natürlich begrüßen uns hier gleich schon die Handlanger vom Boss der Sägemühle. Da ist ein Schlüssel, da ist ja schon mal gut. Guter Start, ein Schlüssel ist immer gut. Zack, zack, hier ein bisschen Muni. Oh man, der Soundtrack echt dreht durch. Da 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 da... Da 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 da... Nicht nur... Da 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 da... Das ist einfach nur episch. Das ist wirklich episch. Äh, nein. Okay, ja ich hätte gedacht, ich kenne mich hier nicht mehr wirklich so gut aus. Als Kind, damals so wie alt 11 Jorn... 10 of Jorn war immer halt... Kann man sich nicht mehr an alles erinnern. Hey, Mr. Lotto-Man! Du nicht. Ich liebe es einfach. Mein Gott. Sticky, okay, habe ich nicht. Du, du, du... Oh, geil. Ähm, die Shotgun habe ich doch versucht. Die ist jetzt... Die ist aber... Die ist geil, ey. Doppelläufige, normale Schrotflinte, ey. Äh, warte, ich glaube, jetzt muss man das wieder umstellen. Kann das sein? Jetzt bohrt sich das doch um, oder? Ach, ne, das war... Okay, kann sein... Sticky... Ja gut, dann haben wir ja erstmal schon wieder als... Wenn nicht, ist er noch... Zack. Okay, okay, ja, dann gehen wir da durch, da durch. Du, du, du... Okay... Oh, mega Schrei, ey. Du, du, du... Und du, du... Die viele Handlange ich jetzt schon umgebracht habe, ey. Nur weil ich meine Tochter wieder suche. Und weil ich räche auch gleichzeitig meine Frau, ey. Das ist so... Eine Aufgabe von Marshall. Du, du... Du, 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 du... Du, 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 du... Einfach mega sauer sein und alle umbringen. Ah, geht auch noch. Zurück. Und Sticky. Geil, dann können wir ja zurück schon fassen. Aber wir gucken, was immer. Die ziehen wir schon ein paar Herzen ab. Die Waffe ist doch immer noch am besten. Okay. Okay, alle erledigt. Jetzt komme ich hier rein, Leute. Jetzt macht euch was gefasst. Das müsste die hintere Tür sein. Ah, wieder ein Lack. Ja, die Level sind echt... Jetzt geht es eigentlich wieder. Also der Canyon wäre echt schlimm für mich. Aber hier geht es ja wieder. Ja, das ist ein bisschen ein schöneres Level. Iron Key. Okay. Ich bin nirgendwo mehr. Er will sich fliehen. So. Boah. Mit einem. Oh nein, der Shotgun. Ein bisschen hektisch. Mein Gott, ey. Das Geile ist immer, dass die Frame-Einbrüche gibt, wenn ich schieße. Aber was soll's. So, ja, wir wollen euch rauf hier. Raus mit dir, Wasser. Na, wir gehen auch mal hinterher. Wollen wir denn hier? Da hinten ist what? Da wär auch was. Na, hier haben wir einiges. Wo bist du, Marshal? Wo bist du, Marshal? Hier war ich schon mal. Okay. Patsch. Okay. Hier nicht umgehen. Auch nicht. Ja, hier ist viel zu betüren. Machen wir hier. Komm. Wieder hoch. Ist auch da rein? Ja, aber das ist doch meines, wenn du das machst. Okay. Hier gibt's aber nix. Nein. Okay. Ja, dann müssen wir eben gucken. Was wir da machen müssen. Das ist ja ein bisschen... ...bisschen komisch. Ist das jetzt schon... ...ne? Nee? Und wie sind wir weiter? Nee, ist das schon richtig? Du musst da wahrscheinlich rein, da oben. Na, so komm ich da nicht rein. Hier haben wir noch mal eine Tür, aber die war ja verschlossen, oder? Ah, oh. Ja, was man hier mal sieht, ey. Ich hoffe, du bist besser, als du schaffst! Ja, jo, jo, redet ruhig. Die sind sowieso alle totgeweiht, ey. Nehmen wir auch noch eins. Schön, schön. Geht doch weiter, geht doch weiter, ey. Ich hab' dich nicht gedacht. Miesen Schweine. Miesen Schweine mit dem Shotguns, ey. Da ist jetzt auch noch eins. Uh. Hey, Mr. Marsha. Punch of Clay, alle, wenn ihr so weitermacht. Und den Iron Key, okay. Haben wir das jetzt alles so geschafft? M-m-m. Wir haben erst von... Da kamen aber rein, okay. Oder war ich da? Ich weiß es nicht. Na, komm. Da. Na doch, hier war ich ja, klar. Gut, äh, jetzt müssen wir noch hierfür was finden. Ne, für da hinten, damit das... Hier was... Okay, okay. Gucken wir mal hier oben. Gucken wir mal hier hin. Wir haben ja jetzt einen Iron Key. Der wird uns vielleicht ein wenig weiter helfen, aber ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal zurück. Ah, hier ist noch ein Shoulder. Oh. Ah, ein Fahrstuhl, okay. Da haben wir auch die letzte. Ah. Okay, ja, ging doch. Okay, da. What the... Ja, das war die... Das war der Typ, ey. Der Shotgun. Das hier so viele Medipacks, die ich natürlich nur auf Good spiele, ey. Wo sind wir, ihr Marshal? Zack, zack. Kann ich da jetzt auch wieder hier abhauen? Das wäre nämlich ganz, ganz toll. Ja, das sollte klappen. Ey, was ist denn jetzt? Oh, da ist immer noch zu. Hm, das ist doch dumm. Hm, ja, sind wir alle ein bisschen doof. Ich komme gerade überhaupt nicht weiter. Was ist das jetzt auf einmal? Warum kommt jetzt so Musik? Nicht, dass es mich stört. Hm. Hm. Können wir nochmal hochkommen? Du, 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 du. Äh... Äh... Hm. Oh, ja. Wie sagt das? Ah, was zu ihr. Schön. Der suchet, der findet. Das alte Sprichwort hat auch hier wieder eine gute Bedeutung. Nein, nein, nein. Hier ist nix. Okay, ja, ich habe glaube ich gerade echt das dummste Gefühl, dass hier nix ist. Punch! Hier ist... Geht nicht, okay. Doch, hier bin ich jetzt. Ah, jetzt ist die Tür auf. Ah. Ah, ne. Ne, auf Wasser jetzt nicht, aber... Äh, wir können ja wieder ganz viel erkunden. Ach, ja. Der Erkundungsreis bleibt nicht aus. Jetzt brauche ich irgendwelche... Boah, hallo. Was soll das? Ich habe nicht so viel Platz auf meiner Festplatte gerade. Nein, 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 nein. Da bin ich dran. Komm. Kommst du. Dann muss ich da her. Okay, ach hier. Wenn du fliehst, ich höre dir. Leute, ich weiß gerade in keinster Weise, was ich mache. What the fuck? Da ist eins. Ah, ich brauche diese Zahnräder. Okay. Gut, aber ich glaube mal, das wird zu lang. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wird das dann wohl nicht ganz klappen mit dem Leveln. Dann machen wir hier weiter, weil ich muss mich auch erstmal hier zurechtfinden auf Screen und dann gucken wir mal, wenn ich das System durch Blick habe und dann geht es an der Stelle weiter. Also bis dann.